Hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour. Schön, dass ihr bei der 24. Folge unseres Cocktail-ABCs dabei seid. Wir machen heute den alkoholfreien Cocktail mit dem Anbausbuchstaben L. Wir machen heute einen Lolli. Dafür brauchen wir 2cl Kokossirup, 2cl Erdbeersirup, 3cl Sahne, 10cl Orangensaft und 10cl Ananasaft. Wir geben die Sirups, die Sahne und die Säfte in das Mixclas des Shakers. Nun geben wir Eis in den Shaker, schließen ihn und shaken 10 Sekunden kräftig durch. Jetzt nehmen wir ein Cocktailglas, geben frisches Eis hinein und shaken den Cocktail ab. Strohhalm rein und fertig ist er, der Lollipop. Der Cocktail schmeckt fruchtig und süß. Das war der Buchstabe L. Nächste Woche machen wir einen Wunschcocktail und danach geht es weiter mit dem Buchstaben M. Wünscht ihr euch einen Cocktail, den ich nächste Woche machen soll? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.